ja leute wir sind wieder zurück und gleiche stelle gleiche scheiße wie immer direkt wieder aufbauen wo marcus vergeigt hat ja auch noch dabei ist irgendwo im dschungel und sammelt achievements markus bau den scheiß ist mir egal wie ich bin doch gar nicht das safari ding du bist das safari ding das safari netlauncher was macht man das jetzt wie ein pokeball ja passiert nichts alter du sollst auf die viecher das schmeißen was schmeißen den ball du brauchst die zwei bälle die bälle safari wie hast du das zeug gebaut das ist doch total behindert wie du das gebaut hast ich habe es repariert jetzt habe ich so dann geht fliegst du hier und schmeißt es rein in der aufnahme in der aufnahme er ist super tag bald was doch ich weiß nicht ich sage auch das war da kann nicht nur sind auch wieder ja ich habe es sein geworfen heißt ja dann fangen die anderen auch ein jetzt komme ich hier aus der schlösser heute wieder kristallis und unter alle die geschlecht vier fünf stück gewesen was hier benutzt es auch mal die erde muss hat mehr warum hast du überall blöcke platziert ja dass ich da hoch gekommen dann sind der chat pack ja jetzt ist aufgeladen alter wo ist denn da die dafür da ja so jetzt suchst du das andere schafft das rentier irgendwo hast du das geld gefangen das hat jetzt wieder aufgeladen da ist noch ein ding markus hier ist noch eins bei den hühnern gewesen und bei den hühnern ist noch eins warum ist bei den hühnern wir haben einfach ultra viel scrap alter wir haben einfach über 2000 scrap 2000 mehr haben wir verzieht ja oder wirst du ja über 2000 scrap was für schuld unser bester applicator hat keine chance die alle zu verbrauchen ich glaube wir bekommen trotzdem dauernd mehr steine oder erst der säge der steinzahl geht runter steinzahl geht runter werden der recycler läuft minimal langsam er wird funktioniert würde ich ja ich muss jetzt da noch aus julio meter das zeich also doch ender perl machen weil es geht einfach nicht anders er macht doch dafür haben wir noch den scheiß elf und du hast doch zwei bewusste steine ja ja oder brauchst du noch farbe ja 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 immer da ist schon wieder ein creeper bei uns in der base ich weiß ich wo die herkommen die scheißviecher ich wollte die däger ja ich habe alles ausgeleuchtet dieses mal das ist aber nur überall fackeln alter muss ich alles noch mal machen wer verkehrt geht ihr nicht mehr fucking geht er nicht sagte pampel ich brauche eine pampel wir haben wir brauchen mehr energie wir brauchen es nicht es muss nur von zwinkern hässlich kohlen pumpen welche pumpe brauchen wir die pumpe oder die pumpe ich bin eigentlich sicher ich glaube dieser präsentiert ein weitergeht was ist also also eine menschliche frau ich maschinenblock weil jemand hier was gemacht wird er hier kloster aber das ist ja alles sie mit vier jahren zwangt noch schüttlos dort zerstört ich weiß nicht mehr merkt woch du scheiße schon wieder ein paar huerta creeper zufrieden hat er die tippen mann hektisch gut weiter lehra haben warum wer meint es im team ihr bdm vorgarten wenn ich es jetzt mehr ja ich weiß und da wie er die Zeit hat alles bleibt er hat sich geht schon noch die erweckte auch wie erledigt Prozent Prozent langweilig von Anweserungen B er hat sich gar nichts mehr die nächsten sieben Jahre die Uhr Nürnberg jetzt ich will die fressen habt ihr endlich euren rift nein es war ein schicksal schafft aber nicht das ist einfach glaube ich zu kraften aber brauchen wir mehr brauche aber in ender tank auch nicht das brauche ich mir jetzt nicht dass man zu viel arbeit also wir brauchen mehr strom als wir brauchen die dinger sven dringend als zwei energiequelle echt versuche ich ja nicht schon seit sich folge was fehlt noch sagt doch mal was dann kann ich fahren ich habe gerade ender perl das eisen gearbeitet ok warum brauchen wir jetzt ender perl ihr wach das wird und zwei der wir hier noch vier folgen lang die ordnen also brauchst du brauchst eisen für deinen dinge ja aber ich glaube ich kann jetzt eisen herstellen weil ich habe es jetzt rausgefunden wie es geht jetzt bin ich mich gerade in der mine deswegen dass ich einfach ruhe ja wenn du eisen findest übrigens auf jeden fall wird auf jeden fall werde ich irgendwann diesen brunnen von dem futtermann die luft springen irgendwann werde ich dich töten also ich glaube irgendwann bringt ihr euch bitte gleichzeitig um und wir bringen dich um als erstes zusammen und als erstes aus prinzip okay ich kann mir jetzt auch machen nein machen wir heute nicht der sicher ist der sicher aufhören baut jetzt endlich was schau mal was ich jetzt in der hand habe ich könnte jetzt hier recht wach und dann wärst du weg du wärst nicht tot du wärst weg ja ich erzeige einfach wird und du bist automatisch in irgend so der tag der menschen gefordert was wissen so richtig ausprobieren du kommst du echt nicht mehr raus wir wissen futur da kommst du halt wirklich nicht mehr raus also irgendwelche freiwillige macht mal was gescheites mache ich was gerade letzten dinger dafür jetzt und brauchst du auch noch überhaupt alles hat das was man als nötigste brauchen dann müssen halt mal eine farm session an der volke war ja ich habe eine lösung gefunden markus volk über richtung richtung den tempel bist du tempel wir brauchen ja weil die kurvi ich sei zu still das gefällt mir nicht redet man laufen durch die wüste ja redet was aber eine ölquelle hast du dich dass oder realmspringen glaub ich ins system aufge liverwaffen das war nicht so schlau als ob das was zu essen das weidefleisch und kartoffeln ich glaube nicht ich kann dir vielleicht ein halbes hier oben auf dem kulten baum bis hier ist es nicht mehr raus doch ein jahr ist doch geil geil ich hab dir ein ordentliches warum hast du ein kreis er hat mir die ungebratene kartoffel gegeben wie geil das vergiftet geht es ja dafür vor der vergiftete katholus wird der hoch auf den berg erfolgt du jetzt sicher endlich jetzt schon gesehen ja siehst du mich jetzt da da vorne ist unser berg scheiße ich komme nicht aus dem scheiß ding raus müssen wir auch mal schilder direkt raus hier dass man echt mal schildern bringen müssen wie man aus der scheißhöhle wieder rauskommt ich komme nicht raus ich kriege nach hier ja kein leben mehr das war jetzt vielleicht nicht so schlau super ich bin echt am arsch ich komme hier nicht raus ja marcus das ist dein berg hier tatsächlich hat es hat ja hier ist eine dor wo soll der genau hinter der stelle stehen also ich komme wieder zurück diese tür ist verpackt aber hart also hier okay hier ist mit dem tool braucht man auch was braucht man also damit vergehen nicht neu axt ruby oder so weil es euch benutzen wir für nichts anderes und der drei ruby extra auf genau unter hinter der wand ist alter wie tief bin ich denn hier eigentlich zuerst ist meine axt noch leer oder dieses diese die ganze gesteile die wir nicht brauche ja zum beispiel creed saphir so jetzt ruby ganz ein zeug die foto halt dass wir nicht bohnt ja eben was hat niemand haben will die foto ok marcus das funktioniert das ist der rift da ich hab jetzt mein ding wie keines dicks alter wollte mich dann machen welche ja ich war ich habe ja wir haben ein bisschen holz ein bisschen jetzt war ich das das haus war wieder auf dass meine tür zerstört hatte grüne axt alter wer hat das bitteschön schlechtes ist es war jetzt echt schlecht wenn ich meine dass bei ihr schlecht so gehört du hast noch über 100 farben brauchst du da jetzt noch was ne das reicht das ist noch über 100 farbstoff im system aber wenn du mir zählt hast du brauchst du wie farbstoff warum hast du so viel her aus der renn zu viel schule wird haupt das ist ja doch die ganze stelle da aber effizienz 4 das ist gut oder effizienz schnell warum was was machst du ich habe mein ding verzaubert meine spitzhacke effizienz 4 immer wieder zu den spitzhacke im control weil da kannst du ein ding drauf bekommen wenn es gut verzaubert hast kriegst du ding drauf ausbeute das kannst du auch auf dem buch packt und da auf den drill drauf machen nein geht nicht doch das geht man geht nicht in alles geht echt weit ich weiß kannst du verzauberungen auf den drill drauf machen die du das buch verzauberst oder das buch mit dem drill verbindest schuss sicher schuss sicher und ich habe mal ding ausgeschaltet mal was die ui meta produktion beide wir brauchen davon doch was ich denke ja aber wir brauchen das bei dem vd fans voll beide brauchen wir nicht voll was wir brauchen ist ein bisschen geladen hat dass man es nicht immer so ewig warten müssen das lustige ist wenn die bäume einfach ein block bereits ein block lang einfach das geld richtig muss ich wieder irgendwie redstone herkriege das wache ich habe jetzt doch ein ding legner schätze ja habe ich ja super wieder ein creeper hinter mir ich glaube die zieht sie die dinge an aus vier juli wetter hatte ich ja schon ist das wache habe ich kein kupferform wenn du kupfer brust glaube ich glaube ich tausend kabel eben gehabt lecker der wappel wird wie viel alter der foto wer mit übrigens null ja ich habe sie ausgeschaltet ja ich habe sie ausgeschaltet eben waren noch 14 drin es ist null logisch ja ich verbrauchte hat auf dauer jetzt läuft es wieder ja das ding hat sich aufgeladen die mv ja so schnell geht das aber ja er hat 100.000 eben gehabt durch dort war es reicht mir ein bisschen aber ich glaube die aufnahmen ist auch gleich beendet und ich bin weg und dann machen wir das nächste mal weiter alter ich war doch so viel was brauchst du hast alles ja ich war halt nur noch diese zwei scheiß liga da die ganze zeit was denn redstone da ist ich habe wieder eisen 27 stück warum brauchst du 1000 körper kabel auch sogar noch mehr körper kann ich glaube ich insgesamt 8000 davon oder so haben wir aber schon alle da also die habe ich schon die weise verkraftet also wenn du mit hilfen der fahren wir mal viel schneller du weißt dass ich quasi die ganze zeit am kraft wird ja wenn du nichts zum kraften hast ich krafte doch die ganze zeit aber uns fehlt trotzdem noch so viel das heißt nicht dass ich nichts tun kann ich habe glaube ich ist der folge allein schon über 1000 verschiedene sachen gekraftet was ist schneller die spielzeit ist schneller als der diamond will haben wir übrigens wieder kein redstone wo sind wir denn hier hey cool dass der rubberbaum weggerissen ja ich habe schon 264er sticks aus daraus aus denen das kannst du den extraktor werfen und kriegen oder bekommen wir aber draus ja habe ich gehört als ein pro block den du da abbaust haben wir ein rubber das ganz ehrlich über das ist ja für dich ich finde schon wieder nicht den ausgangs ist ja normal hier warum wir uns einfach mal hier quer nach oben durch markus du kannst ja dabei noch ein schild hinstellen weißt schon tempel griff ich brauche mich mal einfach quer hoch ist nicht wo ich rauskomme so denkt direkt über meinen berg natürlich direkt im berg war wieder 64 das decke und wenn ich hier bin beende ich diese aufnahme und dann ist feiert für heute ich fühle das system ist noch mit material ist dass wir nicht meckert meckert aber trotzdem so leute also das war es jetzt auch für diese aufnahme session es wenn markus wohl dir noch was so zu sagen dort dann sehen wir uns nächste woche aus der sicht von markus und seinem dschungel tempel dem bis hin